Zum Glück haben wir meine Kamera an. Und wenn man da hinschaut, da oben, die Kamera ein bisschen heranzummen, dann sieht man die erste Burg. Und jetzt werden wir auf die nächste Burg rauf gehen. Stabil, perfekt. Geht's? Okay, komm. Ach, ich will nur aufpassen. Und hier. Ein Wahnsinn. Wir sind in der Burg drin. Die schaut wesentlich besser aus meiner Meinung. Der Hungerturm. Der Hungerturm. Magst du eine Geschichte vergessen? Wir als Hungerturm bezeichnen. Quadratische von einer Ringmauer umgebene mittelalterliche Wohnturm erhebt sich nächster Ruine Waldstein auf einem gegen das Übelbachtal vorgeschobenen Kugel. Der Turm diente wahrscheinlich als Vorburg oder war der Wohnsitz des Burggrafen der Burg Waldstein. In den wenigen Quellen wird die Burg in das 12., teilweise sogar 11. Jahrhundert datiert. Diese Erwähnungen dürften sich aber auf einen hölzernen Vorgängerbau beziehen. Der Ausbau in Stein erfolgte wohl erst im 13. oder frühen 14. Jahrhundert. Die Geschichte der Besitzer des Hungerturms dürfte sich mit der von der Burg Waldstein gleichen. Wann der Turm aufgegeben wurde, ist nicht bekannt, dürfte aber mit der Aufgabe der Burg Waldstein im Zusammenhang stehen. Das ist ein, was man mit der eine Entfälle von der Kurzweil stehen ist. Man haten sich damit die Regeln an небольшur, aus dem Fernsehen jetzt América. Das wird auf den Karten zu sehen. Ich glaube, das stimmt, was ich weiß, was ich das nicht? Das ist ein, was ich weiß, was die Regeln umfälle. Die Regeln im dritten. Untertitelung des ZDF, 2020